20 Jahre Afghanistan und Irak für gar nichts. Das lese ich immer wieder. Stimmt das Ihrer Meinung nach oder waren da wichtige Aspekte übersehen? Es werden schon Aspekte übersehen. Die Taliban sind zumindest für den Moment ein bisschen noch zurückhaltender. Die haben keine Lust, wieder die nächsten 20 Jahre in Hüllen zu verbringen. Das heißt, dass sie jetzt wieder internationalen Terrorismus im gleichen Maße unterstützen, ist zumindest, darf man Zweifel haben, ob sie mit der gleichen Begeisterung dabei vorgehen. Ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass die Taliban internationale Terroristen nicht unterstützen. Es gibt auch schon Hinweise und Vorwürfe. Immerhin wurde Ayman al-Sawahiri in Kabul getötet, der damals Leitende von Al-Qaida. Also in Afghanistan, dann gibt es das Argument, ja, eine Generation habe Freiheit gelernt und so weiter. Ja, das wird aber nur von Bedeutung sein, wenn sie das irgendwann auch wieder leben kann. Aber gut, Irak zum Beispiel ist schon besser. Das ist jetzt wahrscheinlich eine provokante Aussage für viele. Aber wir müssen uns den Charakter von Salam Hussein anschauen. Die Gefahr, die er für den gesamten Nahen Osten bedeutet hat. Die Bedrohung für Nachbarstaaten von Massenvernichtungswaffen, die er ja hatte. 1990, die hat er 2003 nicht mehr gehabt. Aber 1990 hatte er Massenvernichtungswaffen. Die Raketenarsenale, die er hatte, dass er Giftgas gegen iranische Städte eingesetzt hat. Dass er einen Iran überfallen hat, dass er Kuwait einmarschiert ist, dass er Israel angegriffen hat. Im Inland hat er Völkermord begangen. Sein Land komplett unterdrückt sein Volk. Dass Saddam Hussein, dass die Iraker in der Lage waren, Saddam Hussein aufzuknüpfen nach einem Gerichtsverfahren, ist keine schlechte Sache gewesen. Der Mann hat es nicht nur verdient, sondern das irakische Volk hat er auch verdient, ein Urteil über ihn fällen zu dürfen. In der jetzigen Situation ist der Irak sicherlich weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber ich vermute mal, der ist definitiv freier, als das unter Saddam Hussein war. Ob das die ganzen Toten wert war, die die Befreiung und die Zeit danach gekostet hat. Und zumal wir an einem Punkt angekommen sind, wo die Demokratie im Irak alles andere als großartig ist. Das ist eine andere Diskussion, wobei dann könnte man natürlich auch nach Gekut schauen oder Erbil schauen. Dort hat sich Erbil zum Beispiel unzweifelhaft dramatisch verbessert, seit 2003. Also das ist ein Urteil, was die Iraker fallen sollten. Denn von außen zu sagen, die Toten waren es wert, dann sind halt, ich weiß nicht wie viele, 100.000 Iraker gestorben. Das war es wert, um Saddam Hussein zu beseitigen. Das ist ein bisschen hart. Ich glaube, dieses Urteil sollten die Iraker fallen, ob es es wert für sie war. Aber zumindest ist nicht alles schlechter geworden. Und Gaddafi hat sein Atomprogramm abgegeben, hat es beendet. Als er 2003 von dem Überfall, Einmarsch, Angriff, wie auch immer wir es nennen wollen, auf den Irak erfahren hat, hat er schnell sein eigenes Atomprogramm beendet. Was aber wohl auf noch sehr überschaubarem Maße überhaupt vorangekommen war. Also es ist nicht so, dass alles furchtbar geworden ist damit und alles schlechter und für wieder und gar nichts war. Ob es das wert war, ist eine andere Frage. Wie gesagt, das müssten die Iraker beantworten, ob, ich weiß nicht wie viele, 100.000 Tote, keine Ahnung. Aber ob die es wert war, vielleicht, vielleicht nicht. Fragen Sie die Iraker. Machen Sie eine Umfrage, eine seriöse unter den Irakern. Waren das die westlichen Toten wert? War das Billionen in Ausgaben wert? Die Staatsverschuldung der Amerikaner hat begonnen unter George W. Bush, die heutige, um die Kriege zu finanzieren. Das ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, das ist nicht so einhellig. Das ist nicht so einhellig, das Ergebnis. Fassi schreibt gerade was. Ich habe tatsächlich mal einen Artikel darüber geschrieben, über geopolitische Opportunitätskosten. Und ich wollte endlich mal ein Video dazu machen. Muss ich endlich mal machen. Dann wäre ich es wahrscheinlich einfach nur auf den Extras-Kanal packen oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass Interventionen keineswegs nur schlecht sind. Die können weitaus schlimmere Kriege verhindern. Oder sie können Kriege in Grenzen halten. Und wie gesagt, dass Saddam Hussein weg ist, dem sollte keiner eine Träne nachtrauern. Keiner nachtrauern. Man sollte allenfalls sagen, es ist mies. Was danach kam, war nicht gut. Aber Saddam Hussein, das freut mich für die Iraker, dass sie Gericht über ihn halten konnten. Aber wie gesagt, so einfach ist es nicht. Es hat viel Schlechtes gebracht, aber es hat keineswegs nur Schlechtes gebracht. Das zumindest sollte man anerkennen. Ob es das wert war, ist eine ganz andere Frage. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.